Und zwar kann man das so Los geht's Nee, du musst richtig hoch, also richtig doll runter Nee, du musst Ja, super, noch mal Sehr schön Du hast gemerkt, du musst gucken, dass beide Bälle zur gleichen Zeit aufkommen, genau Jawohl So, und das war jetzt einfach Jetzt musst du das mit beiden machen Mit ihnen So Hinschlein Probier mal Guck mal, komm mal hier Komm, komm So, und jetzt Schön in der Mitte anfassen Hier, komm mal hier bei der So, jetzt Runter Ja, super Wenn du sie nur fallen lässt, dann springen die nicht hoch genug Du musst schon so ein bisschen mit Druck Und Und Nicht so Sondern eng am Klöppel Bam Hm, beim ersten Mal war das super Was 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 Du bleibst mal hier vorne Einfach so Hier hast du mir Platz Und dann runter drücken Bum Und dann kommen sie auch wieder hoch Und runter Ja, oh schade Jawohl Jawohl Ja, super Na, nicht ganz, aber toll Jetzt wird's besser Immer gleichmäßig runter Bam Und hoch Ja, schön Cool So, jetzt hier Okay Okay Ganz einfach Ehrlich? Ja Guck Ja Richtig schön nach oben Ja Richtig schön nach oben Ja Ein bisschen Kraft Okay Jetzt machen wir Das heißt, du gehst in die Kniebeuge Bleibst den Gründen gerade Und klopfst So doll du kannst So? 20 Mal Und los geht's Eins, zwei, drei Richtig mit Kraft Eins, zwei, drei, vier Und eins, zwei, drei, vier Und eins, zwei, drei, vier Echt doll Aber Oberkörper gerade So Und noch weiter Eins, zwei, drei, drei Richtig ein Pin und ein Trummel Zwei, zwei, drei, vier, vier, vier und eins, zwei, vier, vier Ein bisschen Glitschen Richtig ein Blitschen Nicht so weit weg, schön eng. Sehr schön. Luftballon mit der Schwimmnudel, so um die Finger, okay? Gut. Der ist schon elektrisch, klar. Der läuft schon allein. Jawoll. Noch einmal. So, noch einmal. Okay. Und du wirfst ihn wieder zu mir zurück. Schön stehen bleiben auf den Dänen. Du wackelst so nach vorne und hinten. Du musst ganz gerade stehen. So ist gut. So ist schön. Jawoll. So, jetzt geht's auf den Ballon kommen, wo es mit der Schwimmnudel wegkommt. Willst du das nicht mit rechts machen? So, jetzt geht's. Ja, was? Ops! Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Nicht schlecht. So, jetzt musst du versuchen, durch den Reifen durchzukriegen. Ja, kann ich. Kannst du? Na gut. Hm. Ich mach mal auf Pixi. Hm. Ich geh in die Masierung. Das war Schummeln. Ehrlich? Ja. Aber immer durch. Hm. Komm ich doch rein. Ja. Das ist nicht mein Bila. Ja. Der war zu hoch. Jawoll! Passt! Ja. Bila trinkt echt um. Im Slalom, ohne dass der Ball runterfällt, den Ball transportieren. Gut. Die Hände dürfen der Ball nicht berühren. Du musst das ganz gerade halten. Schön gerade. Stell dir vor, es ist ein Ei. Jetzt geht es schon schneller. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Wie ein Ei auf dem Löffel. Mhm. Jawohl. Noch einmal. Okay. Zur Seite liegt. Ja. 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 Ja.